Im Epheserbrief finden wir eine interessante Aussage. Da heißt es, dass Gott gute Werke vorbereitet hat, in denen wir wandeln sollen. Er hat Dinge vorbereitet, in die wir hineingehen sollen. Nun ist Wandeln nicht etwas mühselig vor sich hinschleppen, sondern das ist Spazierengehen, Wandeln. Er hat Werke vorbereitet, in die wir einfach so locker, ganz unverkrampft hineingehen und darin wie spazieren gehen sollen. Wie kann man so etwas verstehen? Viele Christen plackern sich ab, mühen sich ab, sind geradezu ausgebrannt, weil sie auf dem Herzen haben, das Reich Gottes zu bauen. Und sie bemühen sich und sie strengen sich an und sie murksen herum. Und das Ende vom Lied ist, dass sie vielleicht in einem Burnout landen oder völlig enttäuscht sind, weil sie merken, dass einfach das trotz all ihrer Anstrengungen nicht wirklich vorangeht. Weißt du, da ist ein Handschuh für mich zu einem guten Bild geworden. Schau, so ein Handschuh, ganz egal, was der jetzt auch für eine besondere Art sein mag, der ist perfekt zugeschnitten für die Hand seines Meisters. Er kann hereinfahren und kann ihn gebrauchen, zu was auch immer der Handschuh gemacht ist. Weißt du, ein Handschuh, mit dem du putzt, ist vielleicht ein anderer, als mit dem du einen Ölwechsel beim Auto machst. Oder Rosen schneidest. Oder ein Handschuh, wie er bei einer OP gebraucht wird. Oder beispielsweise ein Handschuh, mit dem ein Fachmann eine Hochglanzlackierung auf einem Klavier oder so beurteilen kann. Es gibt ganz unterschiedliche Handschuhe, wie hier diesen Gartenhandschuh oder ein Handschuh hier zum Putzen, für unterschiedlichste Zwecke. Und genauso ist das auch mit uns. Gott hat uns zu unterschiedlichsten Dingen berufen, zu unterschiedlichsten Aufgaben vorgesehen, um sein Willen zu tun. Jetzt tut dieser Handschuh allerdings nicht von sich aus irgendwie etwas. Der fängt nicht an und murkst herum und strengt sich an, um irgendwie selber etwas zu bewerkstelligen. Das ist nur ein Handschuh. Der liegt bereit. Und wenn es irgendwann soweit ist, dann kommt der Herr, er nimmt den Handschuh und gebraucht ihn zu dem Werk, was er tun will. So kannst du dir das vorstellen. Gott will in dich hineinfahren, wie eine Hand in den Handschuh und dich gebrauchen. Er möchte durch dich wirken. Er möchte die guten Werke, die vorbereitet sind, durch dich tun. Und du bist einfach nur wie der Handschuh, du bist einfach nur da. Die Kraft, die ganze Anstrengung, auch die ganze Feinmotorik, alles kommt von der Hand, nicht vom Handschuh. Der Handschuh ist nur das Gefäß, durch die die Hand das wirkt. Und genauso ist es mit dem Geist Gottes und uns. Für uns ist es wichtig, zur Verfügung zu stehen. Denn der Handschuh kann sagen, ich möchte nicht. Ich stehe nicht für diese Aufgabe zur Verfügung. Ich möchte lieber ein Handschuh sein, der für etwas Edles verwendet wird und nicht dafür, die Rosen zu schneiden. Zum Beispiel. Und er sagt, ich stehe nicht zur Verfügung. Dann kann der Herr diesen Handschuh nicht gebrauchen. Oder ein Handschuh sagt, ich wäre viel lieber ein ganz anderer Handschuh. Ich möchte nicht so sein, wie ich bin. Dann kann der Herr auch den nicht gebrauchen. Oder der Handschuh sagt, ich stehe jetzt nicht zur Verfügung. Gott will dich jetzt gebrauchen, aber aus irgendwelchen Gründen sagst du, nein, nein, ich bin nicht bereit. Unsere Aufgabe als Christen ist es, zur Verfügung zu stehen, bereit zu sein, uns gebrauchen zu lassen. Wenn der Herr kommt und sagt, ich möchte dich jetzt gebrauchen, dass wir wirklich es zulassen, dass er uns jetzt gebrauchen kann. Das kostet dich, wie den Handschuh, keine Anstrengung. Das ist das Werk, was der Herr tut. Aber an uns liegt es, dass wir wirklich zur Verfügung stehen. Da sind. Bereit sind. Dafür sorgen, dass wir nicht verschlissen sind oder dreckig oder unbrauchbar. Sondern, dass wir wirklich einsetzbar sind. Nutzbar für ihn. Das ist es, was dieser Vers in Epheser meint. Vorbereitete Werke, die Gott durch uns tun will. Und für uns ist es wie ein Wandel. So wird das Reich Gottes gebaut. Und wenn du zu den Menschen zählst, die vielleicht schon ausgebrannt sind oder sich schon so viel rumgeplagt haben, um das Reich Gottes zu bauen. Lass einfach zu, dass du in einen völlig neuen Zustand kommst, in dem du sagst, Herr, gebrauche du mich, wie du es wirklich willst. Ich vertraue dir und ich akzeptiere, dass ich nicht mehr bin als ein Handschuh, der dir zur Verfügung steht. Ich glaube, Gott will Großes durch dich wirken. Und ich glaube, Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, Gott, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!